...lang in dieser Zeit, als wir das unsere weit und breit, wo wir uns finden, wohl unterliegend zur Augenzeit. Wo wir uns finden, wohl unterliegend zur Augenzeit. Guten Abend, guten Morgen, Herr Direktor. Weiter machen wir. Zweite Strophe. Da haben wir so manche Stund gesessen. Frau Doktor, ich weiß gar nicht, was ich da verhalten soll. Die Band hat mich reingeholt. Ich bin eben nur eine schwache Frau. Ja, aber es ist doch niemand. Nun nehmen Sie sich doch zusammen. Herr Doktor, ich sehe zu meinem größten Vergnügen, dass Sie sich der Klasse bereits bemächtigt haben. Ja, meine Lieben, das ist Ihr neuer Klassenleiter, Dr. Tell, er kommt aus der Schweiz. Er wird Sie in Deutsch, Physik und Chemie unterrichten. Chemie auch? Das war doch Ihr eigener Wunsch. Ja, ich glaube sogar, dass Sie das in dem Brief geschrieben haben. Ja, natürlich. Herr Doktor, jetzt möchte ich Sie bitten, in Anbetracht eines ganz besonderen Umstandes die Fortsetzung des Unterrichts zu übernehmen. Bitte, wenn Sie wünschen, Herr Doktor. Vielen Dank. Morgen. Ja, und dann frisch, frond, fröhlich und frei als Werk. Wohl wahnsinnig geworden, was? Verzeihung. Jawohl, Herr Doktor. Ah! 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 Ah!